Hallo, ich bin Miriam und ich unterrichte die Fächer Musik und Deutsch in der Sekundarstufe. Ich benutze oft Fachzeitschriften, um meinen Unterricht vorzubereiten, wie hier zum Beispiel die Musik und Unterricht, denn dadurch bekomme ich immer aktuellen und spannenden Input. Was mich allerdings stört, ist, dass wenn ich zum Beispiel Unterricht vertreten muss, dass ich dann genau in diesem Moment nicht das Heft oder die CD zum Beispiel dabei habe. Oder wenn ich fachfremd unterrichten muss, dass es sein kann, dass das technische Equipment im Raum fehlt und zum Beispiel kein CD-Player vorhanden ist. Dafür habe ich jetzt eine richtig gute Lösung für mich gefunden, denn ab jetzt gibt es die Musik und Unterricht auch in digitaler Form. Das heißt, ich bekomme alle Inhalte der Musik und Unterricht als PDF zum Download, und zwar drei Wochen vor Erscheinen des Heftes. Das heißt, ich kann nun die gesamten PDF-Dateien, das heißt alle Beiträge, Arbeitsblätter, Notenmaterial, die Playbacks, die Originale, als MP3- und XML-Dateien einfach auf meinen PC packen oder in meiner Cloud so ablegen, wie ich es gerade brauche. Morgen habe ich zum Beispiel wieder meine Klasse 9 in Musik und die mögen gerade total Namika, was für mich natürlich super ist, denn gerade ist ja der Song Je ne parle pas français richtig angesagt. Und das Gute ist, jetzt kann ich einfach ganz entspannt mein iPad nehmen, dort öffne ich meine Cloud und da habe ich jetzt einen Ordner, der heißt bei mir Musik Klasse 8 bis 12, und da habe ich jetzt alle Namika-Dateien abgespeichert. Und jetzt kann ich einfach zum Beispiel die Body-Percussion-Datei abspielen und mit den Schülern direkt loslegen. Und was mich auch ganz besonders freut, ist, der Song ist gerade total beliebt und total aktuell und dadurch, dass ich ihn jetzt schon drei Wochen vorher bekomme, freue ich mich natürlich, denn jetzt muss ich nicht noch warten, bis das Heft erst erscheint. Ja, ich kann für mich sagen, dass es wirklich ein absoluter Vorteil ist, dass ich jetzt immer drei Wochen vor Erscheinen des Heftes alle Inhalte als digitalen Download bekomme. Das bedeutet für mich, dass ich ab jetzt einfach überall und jederzeit spannenden Unterricht vorbereiten kann. Und das bedeutet für mich, dass ich jetzt auch immer wieder in den Nachrichten einsch cessiere. Vielen Dank.